Einen wunderschönen guten Morgen im Herbst. Da gab es hier den letzten Status-Quo-Check für Apples iCloud-Schlüsselbund. Und jetzt dann probiere ich das selbst einmal aus und ziehe um von 1Password zu Apples Keychain. Was zu Beginn der Woche im iPhone-Block Slack als spontane Idee startete, das wurde ganz plötzlich ganz ernst. Passwörter sind eine sehr ernste Sache. Aber ich will das unbedingt ausprobieren. Nach über einem Jahrzehnt mit 1Password, da geht es für mich jetzt zu Apples integrierter Kennwortverwaltung.